Hallo Leute, was geht ab? Hier sind euer Shops und ich möchte heute in diesem Video euch ein bisschen versuchen zu erklären, was bei uns schiefgelaufen ist die letzten Wochen, warum wir nicht an den Call of Duty Weltmeisterschaften 2015 teilnehmen und wie es bei Killerfish Call of Duty in Zukunft weitergehen wird. Wir haben uns am Anfang des Jahres relativ viel vorgenommen, wir wollten ein sehr, sehr starkes Team auf die Beine stellen, eines der besten Teams in Europa, haben uns wirklich schon sehr, sehr auf das Spiel gefreut und es war eigentlich so unser Ziel uns von Anfang an wirklich als Team zusammen zu bleiben bzw. sofort das richtige Team zu finden und das Game wirklich ohne Ende zu grinden bis zu den Call of Duty Champs und auch den Call of Duty Weltmeisterschaften wirklich ein gutes Ergebnis zu erzielen und auch die deutschsprachigen Regionen gut zu vertreten. Leider haben von Anfang an einige Dinge einfach gegen uns gespielt. Wir hatten, muss man schon mal erst mal sagen, noch nie einen so schlechten Start in ein Call of Duty. Ich meine, also Fiki ist jetzt zum Beispiel seit Call of Duty viel dabei. Ich bin jetzt seit dem W3-Team, wenn ich mich nicht täusche. Und wir hatten, wie gesagt, noch nie einen so schlechten Start am Anfang eines CODs. Sei es jetzt teamtechnisch, dass wir einfach kein richtiges Team zusammenbekommen haben oder sei es auch einfach von der Zeit her, wo wir auch gespielt haben. Also am Anfang des Call of Duty war es halt auch immer, dass die Deutschen wirklich am besten waren. Und lag vielleicht auch daran, dass wir das Spiel ohne Ende gegrindet haben. Und das war halt dieses Jahr noch nicht so. Das waren einfach einige Probleme. Das ging damit los, dass Kiwi von Fab Games abgeworben wurde und er dann zu Fab Games gewechselt ist. Das war halt dann schon mal das erste Problem. Ich war jetzt Kiwi nicht ersetzbar. Ich meine, Kiwi ist echt ein extrem guter Spieler. Da will ich jetzt gar nichts wegnehmen. Aber es ist halt einfach schwierig, auch kurze Zeit an einem Spieler zu finden, der da wirklich passen ist. Vor allem waren einige Spieler schon in anderen Teams orientiert. Rocks hat dann auch noch überlegt, aber vielleicht doch noch spielt. Aber hat es dann doch einfach zeitlich nicht gepackt. Und wir haben uns halt dann damals für die Chronics entschieden, was jetzt im Nachhinein vielleicht doch die falsche Entscheidung war. Das war ein Fehler unsererseits. Ich war die Chronics nicht mögen oder sowas. Und Gottes Willen, dass man ein schlechter Spieler ist. Sondern einfach, weil er halt dann auch die Entscheidung getroffen hat, dass er zu Fab Games geht, was wir uns auch vorher auch schon denken hätten können. Da er halt ziemlich gut mit Bullet und mit Gun, ja, befreundet war oder ist, keine Ahnung. Weil die Neue eine Fehlentscheidung für uns. Wir hätten vielleicht doch auf andere Spieler, wie zum Beispiel Raiden zurückgreifen sollen. Der echt wieder in einer sehr, sehr guten Form ist in dem Game. Und das war halt einfach, wie gesagt, ein Fehler unsererseits. Deshalb sind halt einfach verschiedene Dinge da schon von Anfang an zusammengefallen. Das Weitere hatten wir noch das Problem, dass wir halt einfach nicht die Zeit hatten zum Grinden, die andere Teams hatten. Einfach aus beruflichen Gründen oder aus schulischen Gründen. Bei uns geht ja jeder in die Schule oder jeder in die Arbeit. Und vor allem Mike, der auch nebenbei hier seine Weiterbildungskurse hat, was ich halt nebenbei schon ein paar Mal erzählt habe, der hat halt auch einfach nicht die Zeit, die wir vielleicht gebraucht hätten. Wir konnten teilweise Montagsdienstlecks gar nicht spielen, hat dann eigentlich nur noch Mittwoch, Donnerstag. Und am Wochenende ist ja auch immer so eine kritische Sache. Am Wochenende hat der wieder keine Zeit und der wieder. Ich meine, ihr kennt das alle. Am Wochenende ist immer viel los bei den meisten. Und daher hatten wir da schon einen sehr, sehr schlechten Start, muss ich sagen. Und des Weiteren war halt auch ein Problem B, was ich persönlich finde. Ich weiß nicht, ob ihr mir dazu stimmt, könnt ihr dann gerne in die Kommentare schreiben. Ich finde die Gfinity Cups an sich schon eine geile Sache, dass sie jeden Tag Preisgelder gibt und so weiter. Aber andererseits, Random Chain Cups unter der Woche, finde ich ein bisschen fragwürdig. Für uns war es halt relativ unmöglich einfach, diese komplett zu spielen. Einfach weil wir immer die Cups vorzeitig abbrechen mussten, wenn wir halt nicht vorher schon ausgeschieden sind. Ist ja auch schon, ist ja auch ein paar Mal passiert, was ich zugehe, aber auch wenn wir mal weitergekommen wären, mussten wir die Cups einfach frühzeitig abbrechen, weil es einfach teilweise schon zu spät war, weil wir ins Bett mussten, ebensoll noch lernen mussten oder sonst irgendwas. Also die Schüler und uns lernen mussten zum Teil. Und das ist natürlich dann ziemlich schwierig, denn die ganzen Top Teams haben in diesen Gfinity Cups mitgespielt und du konntest dann einfach gegen kein anderes Top Team Scrim und das ist halt einfach unser Ziel, gegen bessere oder andere Top Teams zu scrimmen, um einfach besser werden, um besser zu werden in diesem Spiel, so mein ich's. Und das war halt auch einfach irgendwie ein Problem, was mich persönlich ein bisschen gestört hat. Was halt jetzt im Nachhinein, was ich jetzt so die letzten Wochen einfach Twitter gelesen habe, schon mehr Leute ein bisschen gestört hat. Es hat auch nicht so gut gelaufen, dass die Cups da teilweise unter der Woche waren und wir halt einfach wirklich diese wenige Scrim-Time, wo wir hatten, diese wenige Zeit, um zu practicen, wo wir hatten, halt einfach nicht sinnvoll nutzen konnten. Teilweise damit ewig verbracht haben, entweder gegen schlechtere Teams zum Scrim, was uns halt einfach im Endeffekt nicht weiterbringt und was uns halt auch zum Teil einfach langweilt und halt einfach, ähm, ja wie gesagt, die Zeit einfach nicht so nutzen konnten, wie wir sie wollten. Und wir haben uns da eigentlich vorgenommen, dass wir ab dem ersten ersten, also ab dem Jahr, richtig rein grinden in das Game und halt uns wirklich für die, ja für die Champs vorbereiten, also da richtig Gas geben, weil wir wollten halt doch schon auch die Champs als Team. Leider kam halt dann das Announcement von der MLG, wo die, ähm, ja die World Champs announced wurden und daran müssen wir halt feststellen, weil wir eigentlich geplant hätten als Rest of Europe Team mitzuspielen, ähm, weil wir ja, ähm, Mike im Team hatten, wir hatten ein Quick-Game Team, es waren ja bereits schon zwei Ausländer in Anführungszeichen und wir hätten dann noch mit einem dritten Spieler geplant gehabt, der auch, ähm, aus der DACH-Region kommt, also schon deutschsprachig, aber halt, ähm, wie gesagt, ähm, kein dritter Deutscher war, mit dem hätten wir geplant gehabt, eventuell, also wir halt im Raum gestanden, also dass wir mit dem spielen, leider kam halt dann das Announcement, dass die Regeln etwas verschärft wurden, ähm, dass du drei, also letztes Jahr war es so, du musstest halt zwei deutsche Spiele haben, dieses Jahr musstest du drei deutsche Spiele haben und es war halt dann so ein Punkt für uns, es war wirklich komplett auch noch die, die, die letzte Motivation, das bisschen Motivation, was wir noch hatten, halt dann wirklich genommen hat, ähm, einfach, dass diese Regelung halt einmal, dass kein Rest of Europe dabei ist und einmal, dass diese Regelung, äh, so gekommen ist, wobei ich beide Regelungen komplett nachvollziehen kann, das einzigste, was ich halt nie nachvollziehen konnte, warum die DACH-Region nicht zusammengeschlossen war, hat sich ja mittlerweile auch schon alles erledigt, ist jetzt auch alles gut, ähm, aber das war halt dann auch so ein Punkt, wo wir gesagt haben, ja, jetzt macht es eigentlich momentan keinen Sinn mehr, irgendwie großartig im Team zu stellen, vor allem Leute, mit denen wir dann eventuell teamen wollten, haben sich natürlich anderweitig umgeschaut und es war halt alles, wie gesagt, das ist einfach alles ein bisschen scheiße, einfach gelaufen, keine Ahnung, kam jetzt eigentlich auch nicht viel dazu sagen, und was willst du auch größer zu sagen, und das hat halt einfach jetzt so passiert, und daraufhin hat sich auch Quickie entschieden, dass er vorerst mal inaktiv geht, ähm, ich weiß nicht, bis wann Quickie wieder zurückkommt, ähm, ob er wieder zurückkommt, oder was einfach abgefertigt, keine Ahnung, kann ich euch leider noch nicht verraten, ich stehe zwar schon noch in Kontakt mit ihm, natürlich, wir sind sehr gute Freunde die letzten Jahre geworden, ähm, aber wir haben noch nicht konkreter darüber geredet, da ist ja erstmal die Call of Duty Champs hin und wir das jetzt erstmal alles ein bisschen sacken lassen wollen, und erstmal ein bisschen, ja, eine Ruhe haben wollten einfach, ähm, was Mike genau macht, weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt, momentan kann ich euch auch nicht verraten, obwohl ich mit Mike natürlich auch noch in Kontakt bin, wir verstehen uns auch relativ gut, aber momentan schaut es so aus, dass wir, ähm, kein Team haben, also das war halt auch, wie gesagt, jetzt der Grund, warum wir nicht an den Champs teilgenommen haben, aber momentan sieht es wie gesagt so aus, dass wir, ähm, vorerst kein Team, äh, geplant haben, wir haben, äh, geplant sollst du jetzt eigentlich falsch gesagt, wie sage ich jetzt das am besten, wir haben momentan einfach kein Team am Start, aber ich bin natürlich auf der Suche nach einem neuen Team, ich habe da auch schon ein Team im Auge, beziehungsweise, ähm, zwei Teams im Auge, äh, deutschsprachige Teams auf jeden Fall auch, äh, die sehr interessant wären, äh, ich bin dann auch am überlegen, ein paar Konstellationen, ein Teamkonstellationen, aber wie es momentan ausschaut, ähm, ich kann auch nicht verraten, das war das neue Team, weil auf jeden Fall ist Killerfish COD definitiv nicht fort, ich werde vorerst hier am Channel weitermachen, mit meinen eSport Reports, und werde immer wieder mal kleine Informationsvideos bringen, äh, vielleicht werde ich mal bei, den ein oder anderen Team einfach mal zuschauen, also auch wenn ich mit dem Team nichts direkt zu tun habe, wo vielleicht mal irgendwie ein, ein, ein Scrim hochladen oder irgendwas, mal gucken, was mir da noch so für Ideen einfallen, ich werde auf jeden Fall ein paar Ideen haben, wie ich diesen Channel noch, äh, bis dahin weiter betreiben kann, bis wir ein wieder aktives Team sind, bei Killerfish COD haben, aber, ähm, ich wollte euch damit nur sagen, ich arbeite im Hintergrund dran, ähm, ein neues Team aufzubauen, ich habe einigen Ideen, ich habe einige Sachen im Kopf, aber das Ganze geht halt nicht von heute auf morgen, zudem mache ich mir da ehrlich gesagt auch keinen Stress, weil momentan ja sowieso die COD champs erstmal sind, und die ganzen wichtigen Events, ähm, ähm, nach den Champs, also sei es, sei es die 5 Gfinity Events mit sehr, sehr hohem Preisgelder, die ESVC, und andere wichtige LAN Events, oder auch kleinere LAN Events, wie eine Ego LAN oder eine FC Oli, wo man auch mitnehmen kann, wo es auch ein bisschen Geld geht, und wo zum Teil auch Top Teams da sind, die kommen ja noch alle, also, es ist jetzt nicht so, dass alles, äh, verloren ist, oder so weiter, wie gesagt, ich arbeite im Hintergrund dran, ein ordentliches Team, ähm, für Kellefisch-Ziel, die für euch auf die Beine zu stellen, nur wie gesagt, ich mache das Ganze in Ruhe, ich mache das Stress, ich mache das Ganze gechillt, weil es eilt jetzt momentan nichts, ähm, ich hoffe trotzdem, ihr bleibt uns weiterhin treu, und supportet uns weiterhin, ähm, eins kann ich euch sagen, wenn wir ein Team stellen werden, dann wird es definitiv das beste Team in Deutschland sein, das sage ich jetzt einfach mal so, das ist mein Ziel, ähm, wir hatten die letzten Jahre eigentlich immer, das beste Team in Deutschland, oder Quickie war eigentlich auch immer, ähm, der Spiel in dem Team, in dem besten Team Deutschlands, und, äh, ich war da auch die letzten Jahre eigentlich auch immer Manager von dem besten Team, äh, in Deutschland, und das habe ich eigentlich auch wieder vor, so hinzubekommen, und ich behaupte jetzt einfach mal so, dass ich das schaffe, ich hoffe es natürlich, ich habe natürlich, dass ihr mich auch so supportet, ähm, nicht nur mich, sondern auch Killerfish weiterhin natürlich, und das neue Team, und auch bis dann demnächst bald announced wird, sobald alles safe ist, und dann bedanke ich mich fürs Zuhören, und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, ich versuche, die so gut wie möglich zu beantworten, und dann würde ich sagen, wir hören wieder voneinander, bis dann, ciao, servus, euer Schatz.